Die Promi-News des Tages im Gala Ticker Daniela Katzenberger Niedliche Geburtstagsgrüße an Mama Iris plus 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 Estefania Wollny teilt Liebeserklärung in ihrer Instagram-Story plus 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 Jimmy Blue Ochsenknecht spricht Klartext Die Promi-News des Tages im Gala Ticker 28. Mai 2022 Daniela Katzenberger Ein Geburtstagskuss für Mama Iris Iris Klein hat am 26. Mai ihren 55. Geburtstag gefeiert. Den Tag hat sie offenbar im Kreis ihrer Liebsten verbracht, denn Tochter Daniela Katzenberger, 35, postet nun mehrere Bilder, die zumindest einen kleinen Einblick in die Feier ihrer Mutter geben. Auf den ersten zwei Fotos hält Daniela ihre Mama fest im Arm, gibt ihr einen liebevollen Kuss auf die Wange. Das Geburtstagskind strahlt glücklich in die Kamera. Auf dem letzten Schnappschuss ist der Kuchen zu sehen. Iris hat zu ihrem Ehrentag eine herzförmige Erdbeertorte bekommen, die mit Fondong-Rosen verziert wurde. Happy Birthday, lieb dich Mama, schreibt die 35-Jährige zu der Bilderreihe. 27. Mai 2022 ist Estefania Wollny frisch verliebt. Estefania Wollny, 20, scheint derzeit auf Wolke 7 zu schweben. Das Reality-TV-Sternchen überrascht mit einer Liebeserklärung, die es in den sozialen Medien teilt. Ihre älteren Schwestern hatte jüngst das Heiratsfieber gepackt. Nun hat offenbar auch Estefania ihr Liebesglück gefunden. Ich liebe dich, schreibt sie in ihrer Instagram-Story zu einer Aufnahme, die ihre Hand in der eines jungen Mannes zeigt. Um wen genau es sich dabei handelt, verrät die 20-Jährige nicht. Auch sein Gesicht ist auf dem Bild nicht zu sehen. Die beiden scheinen einen gemeinsamen Liebesurlaub zu genießen, denn wie Estefania in einer vorherigen Story verrät, verweilt sie derzeit in der Türkei. Vielleicht bekommen Fans der Sängerin ja schon bald ein erstes Pärchenbild aus dem Urlaub zu sehen. 26. Mai 2022 Jimmy Blue Ochsenknecht äußert sich zu Jelis Vorwürfen, obwohl sie ihre Trennung schon vor Monaten bekannt gegeben haben, kommen immer wieder neue schmutzige Details über das Liebesaus von Jimmy Blue Ochsenknecht, 30, und Jelis K.O.C., 28, ans Licht. Vor allem die Influencerin nutzt jede Gelegenheit, um sich über ihren Ex und Vater ihrer Tochter zu erchauffieren. Das soll nun sogar vor Gericht geklärt werden. Das soll nun auch 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 vor Gericht geklärt werden. Vielen Dank.